Hey meine Lieben, willkommen zurück zu Video Nummer 2 an meinem heutigen Tag. Vielleicht auch bei Video Nummer 2 bei dir, ich weiß es noch nicht. Und wenn du wissen möchtest, um welches Unboxing es sich hier in diesem Video dreht, dann wie immer schnapp den Kaffee oder den Keks oder oder oder. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns gerne wieder. In diesem Video möchte ich gerne mit dir zusammen die Trend Trader Box öffnen. Die Trend Trader Box ist eine Food und Lifestyle Box. Da sind verschiedene Produkte drin, die vegan, tierversuchsfrei sind, Naturkosmetik, ein Accessoire, verschiedene Teile halt einfach immer wieder. Oder du zahlst, ich muss gerade schauen, weil die haben, also viele Boxen haben nämlich ihre Preise angepasst und ich bin jetzt aus dem Urlaub wieder zurück und dann schaue ich lieber nochmal rein, bevor ich da euch ein Schmarrn erzähle. Übrigens gibt es da unterschiedliche Abo-Varianten, flexibel, ein Monat, drei Monate oder zwölf Monate und ich bezahle 29,95 für zwölf Monate. Also da schaut es einfach mal auf die Webseite drauf. Ich verlinke alle meine Boxen immer unten in der Infobox und da könnt ihr ein bisschen stöbern. Und zwar hast du acht bis zehn Produkte immer drin. Und ein Warenwert von mindestens 80 Euro. Und ich mag sie eigentlich auch, wenn ich ab und zu mal schimpfe und meckere und mi mi mi. Aber mein Gott, ich habe so viele Boxen im Abo. Und jetzt wird es kurz laut, weil ich habe sie tatsächlich noch nicht geanboxt. Das brauche ich mir für die Katzen. Die mögen das gerne zum Spielen, Schieber sitzt links unten. Und ich bin gespannt, was in der Box drin ist. Wie das Motto ist. Und wer die Box noch nicht denkt, so sieht die aus. Wir haben keine Box in der Box. Und da sparen sie sich einfach. Und wir haben immer ein Leidenpapier. Aha. Und da steht immer das Motto drauf. Da, 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 da. Und zwar Color Splash. Wie gesagt, ich habe noch kein Unboxing gesehen. Ich kann es euch nicht sagen. Was bei der Trendräder Box Session ist. Wir haben einen Flyer. Da stehen die Produkte drauf, was sie tun, machen sollen oder was sie kosten. Ich blende es euch immer noch mal ein. Und wenn zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ist eine Tüte Gummibälle drin. Und ich habe zum Beispiel Rote, dann kannst du vielleicht Grüne haben, eine andere Gelbe. Genauso kann sie sich mit Shampoo verhalten. Also oder, oder, oder. Das heißt, wenn du ein anderes Unboxing schon gesehen hast, heißt das nicht, dass ich die gleichen Produkte enthalten habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ehe ich es vergesse. Da sind so Karten drin. Die solltest du sammeln, weil da steht eine Nummer hinten drauf. Und wenn du sozusagen die Nummern 1 bis 10 hast, dann kriegst du eine Überraschungskarte. In dieser Überraschungsbox sind sozusagen Produkte aus den vergangenen Boxen. Und es kann ja sein, dass du das eine oder andere Produkt noch nicht hast. Und dann kriegst du halt einfach noch mal eine Box dazu. Ich hatte das schon mal. Ich finde das nicht schlecht. Es ist natürlich blöd, wenn du die Produkte schon mal alle hattest. Aber das ist ja wusch, weil auch ich mache ja Verlosungen. Und es laufen momentan auch noch Verlosungen. Also mach es da gerne mal mit. Das ist das sogenannte Heft. Und wir haben Colorsplash. Okay, im Juli zeigt sich der Sommer von seiner schönsten Seite. Ja, mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Ich kann euch das gar nicht sagen. Ich bin ja hier im Dachboden. Und gestern waren es 37 Grad. Da könntest du euch vorstellen, wie warm das hier ist. Wir hatten einen Stromausfall durch den Sturm. Also wie in der Lüfter auch nicht. Und ich zeige euch mal so einen ganz kurzen Blick. So sieht das dann aus in dem Heft. Und da steht dann immer drauf, was die Produkte so sind. Was sie tun, was sie machen sollen. Und wenn du ein 12-Monats-Abonnent bist, gibt es immer ein Trend-Goodie. Diesen Monat ist das ein Bilderrahmen. Bin ich gespannt, wie der ist. Und du hast auf der Rückseite immer eine Vorschau für den nächsten Monat. Und zwar im August. Ja, gibt es auch wieder die Trendbox mit schönen sommerlichen Sachen. Ich schaue jetzt mal rein. Ich sehe schon was, was mein Herz erfreut. Zumindest farblich. Ich weiß noch nicht, was es ist. Das erste Produkt zieht mir nach einem Saft aus. Die Firma heißt Succo. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall ein sehr schweres, ein großes Produkt. Und dann schauen wir mal, was das schlaue Heftchen da sagt. Und zwar die Firma heißt Dr. Antonio Martin. 2,960. Gibt es auch einen Gutscheincode. Den blende ich euch ein. Ein Multifruchtsaft. Okay. Ich finde sowas sehr schön. Wir haben ja durch die Hochzeit jetzt unheimlich viele Säfte gehabt. Aber sind halt meistens auch immer sehr kalorienreich. Ich muss momentan einfach wieder runterfahren. Wir waren ja essen. Beziehungsweise in einem Hotel, wo du zum Abendessen 5 Gänge hattest. Und das packe auch ich auf Dauer nicht. Das war mir einfach zu viel. Wie gesagt, schreibt mir doch gerne mal, ob ihr ein Video über meinen Bratstraßen haben wollt. Oder ob ihr noch ein paar Bilder vom Urlaub sehen wollt. Wir waren eine Woche in Tirol. Und wir haben gesagt, wir machen da jetzt keine Brühe drüber. Weil wir uns ewig nie entscheiden konnten, wegen meinen Schwiegerelern, wohin es geht. Ich hätte ja ganz einfache Sachen. Paris, Spanien, Italien, Florence, Rom. Aber mit Hund haben wir gesagt, nein. Das lassen wir, indem die Abgeschweckte war ja drin. So, dann haben wir eine Maske. Ich muss es nur finden. Und zwar heißt die Firma Katia eine rosa Heilerde-Maske, die beruhigend ist mit Leinensamen-Extrakt. Okay, 7,99 Euro. Okay, mit Aloe Vera, Heilerde und Leinensamen. Okay, wir testen ja, wenn ich es schaffe, immer Donnerstag eine Maske. Also, das heißt, die wird demnächst zum Einsatz kommen. Finde ich gut, dass sie in der Tube ist. Und nicht in so einem einzelnen Sachet, weil ich doch der Meinung bin, hiervon hast du dann länger was. Ich hoffe, dass sie dann auch was ist. Und da schauen wir mal, 7,99 Euro soll das schöne Schätzchen kosten. So, dann haben wir wieder Gewürze. Und zwar ein flüssiger Gewürzextrakt. Okay, wo bist du? Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das, zum Beispiel Vanilletropfen kannst du in Wasser machen, wenn du das Wasser nicht pur trinken möchtest. Oder zum Backen, das kenne ich tatsächlich. Und hier haben wir von der Firma Pure and Spice, bekannt aus Höhle der Löwen, asiatische Öle, Gewürzextrakt auf Ölbars. Finde ich sehr spannend, so was. Weil wir kochen gerne, auch hier gibt es einen Rabattcode und du hättest drei verschiedene haben können. Und zwar, ja, kann ich leider nicht lesen, das ist so klein. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, man hätte, ach da steht es, indisch, asiatisch, Knoblauch. Indisch hätte mich auch sehr interessiert, muss ich sagen. Weil ich liebe indisches Essen. Ich habe nur meistens das Problem, dass ich nach dem Heim tupfe. Ich vertrage es leider nicht, aber ich esse es so gerne. Ich bin Team Sushi. Wer mag von euch auch Sushi? Ich könnte mich in Sushi hineinlegen und teilweise mache ich es jetzt auch schon zu Hause selber, weil ich könnte das Zocken nach Essen. Okay, das heißt, wir haben eine einzelne Pinzette oder Pipette und dieses Gewürzöl separat drin. Das riechen wir mal. Oh, kennst du das, wenn hier euch das Wassermund zusammenläuft? Oh, das werde ich auf jeden Fall mal probieren und werde euch da auch Rückmeldung geben, wie das ist. Und ja, ich sag mal, da gibt es ja oft so Fasten, die du in bestimmte Mahlzeiten reinmachen kannst. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich werde das mal probieren und dann einfach mal sagen, ob es was ist oder nicht. So, dann haben wir jetzt nächstes. Ich würde schon sagen, wo ist es? Ganz klein. Und zwar ist noch zu. Ich weiß noch nicht, ob ich es teste, aber wahrscheinlich schon eine nachhaltige Deo-Creme von der Firma Ponyhütchen. Sehr nett. 3,99 Euro ist im Karton sehr verschwunden. Ich weiß noch nicht, ich werde es probieren. Bei Jasmin, Lilje und Rose mag ich von Duft sehr gerne. Ich benutze ja so Neodeo, das heißt, ich schwitze nicht wirklich unter den Armen und brauche solche Sachen einfach nur zum Beduften. Ich hatte bloß letztens eine Deo, eine Deo-Creme, wo ich unheimlich Ausschlag bekommen habe. Deswegen bin ich in solchen Sachen vorsichtig geworden. Aber das testen wir einfach mal. Vielleicht duftet es gut und zur Beduftung reicht mir sowas völlig aus. So, dann sehe ich tatsächlich diesen Bilderrahmen. Oder ist es der? Ich glaube, Semiklon 17,50 Euro. Okay, finde ich jetzt für den Bilderrahmen schon, also in der Größe, sagen wir es mal. Das ist, schauen wir mal, was das für einer ist. Gibt es verschiedene. Natürliche Materialien, plastikfrei. So sieht das Schätzchen aus. Weil, wie gesagt, wir werden jetzt einige Bilderrahmen lassen, aber ich kann sie leider noch nicht hinhängen, weil wir jetzt momentan unseren Flur putzen. Also schleifen, putzen, Farbe draufbringen, Holzverkleidung und dadurch ist halt einfach noch sehr viel Dreck bei uns im Haus. Und, ach, wenigstens noch was Bordezimmer. Ich kann mich wenigstens waschen. So, gut, ich könnte mich vorher auch waschen. So ist es ja nicht. So, ah, okay. Ja, das Fug ist aber gar nicht so schlecht. Den klappt man so auf. Finde ich gut, um halt in kleine Ecken was hinzustellen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich fand das früher immer so in alten Filmen so schön, so würden die ein Klavier stehen haben oder eine Anrichter und überall diese Bilderrahmen drin haben. Den finde ich farblich sehr schön, muss ich jetzt sagen. Wenn er jetzt gelb oder pink gewesen wäre, wäre es jetzt nicht so mein. Aber in grün, nachdem man ja Jäger ist, finde ich das richtig gut. Gefällt mir auf jeden Fall richtig. Aber für 17,90 Euro war er, 17,50 Euro, weiß ich nicht, ob das mir jetzt das Geld wert gewesen wäre. So, jetzt kommen wir zu dem, wo ich jetzt nicht gewusst habe, ob mir die Farbe gefällt oder nicht. Und zwar ein stylisches Musselin Haarband, 24,90 Euro von Hatsch & Patsch. Ich werde es jetzt nicht aufsetzen. Ich überlege es mir, weil ich habe sowas ähnliche schon und mag die auch total gerne. Ich greife aber zu selten in letzter Zeit dazu. Deswegen weiß ich nicht, ob das mal zum Einsatz kommt. Deswegen werde ich es jetzt auch nicht anprobieren, weil das finde ich ein bisschen unhygienisch. Das mag ich einfach nicht. Klar, wenn man jetzt in den Laden geht, dann probieren andere die Hüte auch aus. Aber farblich, ja, für den Winter vielleicht. Aber solche Sachen mag ich sehr gerne, wenn das in einer Trendräderbox ist. Finde ich eine gute Idee, weil vielleicht kauft sich der eine oder andere sowas nicht, weil der steht ihm nicht und dann hast du es in der Box drin und dann kannst du es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ich habe hier jetzt schon einige, die ich mir ausgesucht habe, die ich sehr liebe, aber es ist einfach zu selten auf. Mir rutscht das zu sehr in den Haaren und das mag ich überhaupt nicht. So, dann haben wir wieder einen Tee wahrscheinlich drin. Einen erfrischenden Tee. Tee, ja, heißt die Firma. 2,49 Euro. Früchtetee. Tee ist finde ich auch gut. Der wird wahrscheinlich kalt aufgegossen, könnte ich mir vorstellen. Der leicht herbe Duft der Kiefernwälder, kombiniert mit Haargewurte und Johannisbeeren. Okay. Teebeutel aus Bananenblättern. Okay. Finde ich sehr schön. Tee gehört für mich einfach im Winter, aber ich liebe Tees, deswegen kann ich das ganze Jahr Tee trinken. Und ich werde es jetzt mal probieren. Wird mir auf jeden Fall schmecken. Das weiß ich jetzt schon. Das nächste Produkt könnte was für uns sein, und zwar ein Bio-Müsli. Hier gab es auch wieder verschiedene Sorten, genauso mit diesem Tuch. Oder H-Band, seht ihr das? Und zwar ist das, hättest du entweder oder ein Cashew-Drink, Gott sei Dank habe ich das nicht, oder dieses Müsli. Pure Müsli, 4,99 Euro. Mein Mann isst Müsli, und deswegen werde ich es mal aufbauen, mal probieren. Müsli, finde ich, geht immer. Das ist eine feine Sache. Ich mag nur das Porridge nicht. Also, beziehungsweise, mein Mann mag es auch nicht, weil das wie Bappe-Decke schmeckt. Das ist wie wenn du ein Stück Bappe nimmst, zerstreit hast und soll es essen. Das ist nicht so meins, aber auch hier gehen ja die Decke auseinander. So, und dann haben wir eins, wo wir sich in der Farbe echt vertan haben. Da ist es gelb, hier ist es lila. Und zwar ist das ein Handspray von Mercy Handy. Im Endeffekt ist das ein Reinigt und Pflegt die Hände. Das finde ich sehr gut. Optisch, echter Hingucker. Ich mach es mal auf. Von Mercy Handy sind ja diese Desinfektionsdinger immer gewesen. Es riecht nach Lavende. Es ist auch mit Lavende und ich liebe Lavende. Ich habe heute erst wieder welche abgeschritten. Und zwar ist das Lavende und Ökalyptus. Finde ich sehr schön. Da folgt sich auf jeden Fall meine Handtasche, weil ich liebe einfach Lavende. So, und dann haben wir noch was weiteres und das feiere ich ohne Ende. Und zwar ein Tragegurt von der Firma Nordlicht. 25 Euro und da kannst du jede Tasche und da kannst du jede Tasche, ich hätte es ja auch zwei verschiedene gegeben, kannst du jede Tasche damit aufpeppen. Das ist ja echt jetzt momentan ein Hype, dass du solche fetten Tragegurte überall dran hast und ich finde sowas toll. Da wertest du jedes Kleidungsstück auf. Farbe finde ich auch richtig gut. Ich hätte jetzt auch das andere, das mit den Rotbrauen, hätte mich jetzt nicht geschirrt, aber grün trage ich tatsächlich viel mehr und das finde ich mein absolutes Highlight in dieser Box. Ich weiß tatsächlich noch nicht, an welche Tasche ich es dran mache, weil meine Handtaschen alles haben. Ich kaufe nämlich extra solche. Aber ich finde das von der Idee richtig gut. Vielleicht geht mal einer kaputt, dann habe ich Ersatz und oder, oder, oder. Ich weiß es noch nicht, aber das ist tatsächlich mein Highlight in der Box. Bei 25 Euro weiß ich jetzt nicht, ob ich es gekauft hätte. Aber ich war gestern zum Beispiel bei unserem Gemüsehändler, der hat so Einkaufstaschen und da haben sie die normalerweise auch für 28 Euro und jetzt gibt es die mit Tragegurt. Kostet natürlich 32, aber wertet jede Handtasche auf. Also finde ich richtig toll. Und dann habe ich letztens in der Werbung schon gesehen, es gibt in manchen Boxen ein Green Ticket und das ist im Endeffekt so, ab sofort verlosen wir unter allen Trendboxen, egal ob Abo oder Einzelkauf, ein Green Ticket. Okay, dann kannst du sozusagen eine Box gewinnen. Und ich habe es jetzt nicht, finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ich habe hier nochmal Werbung von der Deo-Creme, ein Rezept und ich habe noch ein Duschpulver. Okay, 2,95 Euro von der Firma Seifenbrause oder Sause. Wasser, Pulver, Schütteln, fertig. Birne, Zedernholz. Okay. Ja, das wird ja auch meinen Mangel geben, der wird sich darauf freuen, das einfach mal probieren. Ach, das kann man wieder in diese Flaschen reinmachen. Gut, dass ich sowas derzeit habe. Reicht für 200 ml. Ich habe tatsächlich in irgendeiner Box letztens so eine leere Flasche gehabt und das werden wir mal probieren. Vielleicht ist das was. Und das war jetzt tatsächlich die Box. Ja, bin ich begeistert? Mehr als begeistert. Ich finde, dieses Haar-Teil finde ich sehr schön, auch wenn ich es noch nicht weiß, ob ich es behalte. Den Gurt finde ich toll. Das Desinfektionsspray. Also mir gefällt die Box richtig gut. Sie hat für mich so einen greenen Touch diesen Monat, finde ich. Also Color Splash, ja. Aber für mich ist alles ein bisschen grün gehalten. Finde ich richtig gut. Ich bin begeistert. Und jetzt schauen wir mal, was ich davon für euch teste. Was in Verlose geht. Ich weiß es noch nicht, weil ich glaube eher, dass fast alles diesmal bleibt dein Tuch. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber auch das werdet ihr sehen, wenn ihr einfach wieder einschaltet. Deswegen Abo nicht vergessen, wenn du es noch nicht getan hast. Das ist kostenlos. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei seid. Liebe Grüße, eure Heike.